Jetzt ist die große Chance der Revolution, dass wir endlich mal die Chance haben, Mario Barca zu stürzen. Steffen wählt ihn, wir wählen ihn, die neuen Mitbewohner wählen ihn. Das wären schon mal drei Stimmen, also bisher. Cosimo bestimmt auch. Cosimo auch. Vier. Und jetzt haben wir endlich mal die Chance, ihn von seinem Thron zu stürzen, ganz einfach.